Die Welt ist grausam und immer mal wieder ploppen Banditen auf, aber denen werden wir es schon zeigen. Und damit herzlich willkommen zurück zu... So. So. Habe ich, wo diese Banditen herkamen? Hier ist kein Lager in der Nähe. Aber vielleicht braucht es das auch gar nicht. So, hier ist viel unbebaubares Land. Die Richtung brauche ich mich da nicht erweitern. Wo sind sie denn? Ja. Schade, ich dachte schon, mit diesen Häusern entzerrt sich das so ein bisschen. Aber das hat noch nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Kampfkraft 112%. Reichtum. Ja, ist doch schön. Das klappt doch wunderbar. Das mit dem reicht. Was ist eigentlich die Aufgabe von so einem Waldbläufer? Da kann man das irgendwie mal nachlesen. Ich habe auch keine Fernkampfeinheit. Mit dem Spiel bisher. Na gut, okay. Gibt es halt nicht. So. 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 Ah. Okay. So. Okay, dann versuchen wir nochmal alles irgendwie weiter auszubauen. Mehr Gemüse. Achso, apropos. So, Disco weg. Das hilft mir auf jeden Fall hier nochmal. Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen. Spitz hat man Brot. Okay, das war wesentlich gezielter gearbeitet, als ich dachte. Aber gut. Gut. Träger. Ach du Himmel. Nein, jetzt staut es ja. Oha, oha. Was machen wir da jetzt bloß? Nach. Wir müssen wahrscheinlich... Also essenstechnisch ist ja noch nicht alles besetzt. Wir müssen... Was ist das? 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 Was? Was ist das?